Leiden Sie unter Schmerz im Ellenbogen, chronische Ellenbogenschmerzen, einen sogenannten Tennisarm? Als Arzt weiß ich, dass gerade ein ganzheitlicher Ansatz extrem wichtig ist, um genau diese Schmerzen zu reduzieren. Deshalb haben wir von Bomedos die sogenannte Schmerzstoppkur entwickelt. Gemeinsam mit dem Bomedos Ellenbogenband ermöglicht Ihnen diese Kur, Ihre Schmerzen wieder nachhaltig in kurzer Zeit zu reduzieren und zwar von zu Hause. Das Bomedos Ellenbogenband ist leicht zu bedienen und die sogenannte Small Fiber Matrix Stimulation stimuliert ganz gezielt die Schmerzfasern, die nämlich geschädigt sind und ermöglicht so wieder eine Reduktion Ihrer Schmerzen. Mein Team und ich stehen Ihnen ab dem ersten Tag zur persönlichen Betreuung und mit individuellen Sprechstunden zur Verfügung. Machen Sie den ersten Schritt wieder in ein Leben zurück ohne Ellenbogenschmerzen und gewinnen Sie Lebensqualität, Beweglichkeit und Freude.